15 Minuten Zeit Ich seh nicht mal aus meinen Augen Suchen und zerstören Verteidig das Ziel Ach du Lobby Jetzt gegen die Gewinne sind dein Herz, die hat echt auf die Shit Diesen Arsch kommst du durch zu Tränen Du kannst ja Lobby durchkommen, Bruder, du bist oben auf die Ja, ich muss auch mal outtracken Feindliche Bombe bei B platziert Ey, f*** mich jetzt Oh Ja, ich kann doch nichts machen Nein, nein Ich hätte richtig prediktet, dass er da drin ist Ja, du musst mein Lobby schon safe haben Wir suchen und zerstören Ey, war Kindergartenkorn aus Das ist mein Leben Zerstört das Ziel Wir haben die Bombe Le peinchen Le peinchen Er prä Schön, 1 jeunes Ich bringe 1 Foto und 1 budget 1-Shot Ich glaube, ihr geht, Balcony Balcony Push, du ihn mal Loll muss Das kann ja sein, das ist der Host. Suchen und zerstören. Das bei mir lösst gar nicht, also. Verteidigt das Ziel. Das sieht nur so aus von außen, vielleicht auch mal so. Aber die Bullet-Bags halt ein bisschen weg, ja. Ach der Host ist echt schlecht. Wir haben für diese Runde versagt. Reiß das Ruder in der nächsten herum. Das ruckelt übel. Ich hab eben schon gesehen, wir waren im Timen, oh mein Gott. Ja komm, wir sind weg. Lass mal A gehen einfach. Zerstört das Ziel. Wir haben die Bombe. Danke, lass fliegen, komm. Ich hab gesagt A, dann komm er auch mit. Einer fliegen, Einer fliegen, Einer fliegen. Das ist noch fliegen, ja. Das ist noch fliegen, das ist noch fliegen. Du, dein Wohnhof, runter. Ich hab geblendet. Die Bombe wurde platziert. Ja, kommst du raus. Es leckt so. Ja, aber du springst allein schon im Gunfighter rum. Und die lecken, der Host ist so schlecht. Der Feind hat unsere Bombe entscht. Du, Alter. Die sind so traurig. Die kommt vor mich. Und ruckelt rum wie nochmal was. Guck, defused hat der defused. Guck, hab ich doch gesagt. Der hat nicht defused. Er hat defused, du Idiot hast du dich grad nicht gesehen? Nee. Hat er. Der täuscht nur an. Das ist ja nur taktisch. Der täuscht ja nur an. Sehr dumm. Sehr dumm. Der war am defusen. Am defusen war der. Alter, ich weiß, dass du das nicht ernst meinst. Halt dich Fresse einfach. Sag ich noch. Ja. Ja. Du gehst schon mal. Da, man kann schnell schäfer bitte. Ja. Du kannst schnell schäfer bitte. Beide. Die lecken. Ich mag nicht mehr. Feindliche Bombe bei A platziert. Es bockt nicht, Alter. Das ist dann Richtung Friedhof gegangen. Oh mein Gott! Ich kann es machen. Ah, das ist dick. Ich kann es machen, kein Ahnung. Ich wollte noch was du freaks. Hallo. Oh, Mann. Wir haben die Bombe. Ich hab's so geklappt. Ich muss kriegen durch. Er kommt. Er kommt. Ey, Junge, Mann! Er hat Knöte geöst. Er geht als erstes Mal down, was soll ich machen? Ja, also kann man noch viel machen.